So, das Schmutzkoloss, der letzte Boss für Eudie. Okay, der hat nicht viel getaugt durch Feuermagie. Das war jetzt nicht so der Oberknaller. Na ja, gut, dann haben wir den auch noch platt gemacht, sehr schön. So, das Schmutzkoloss, der letzte Boss für Eudie. So, das Schmutzkoloss, der letzte Boss für Eudie.